5 Brote sehr komisch. Ok, die sollen sich erstmal anziehen. Wo sind denn bitte schon die vielen Leute dann geblieben? Ach so, hier war das. Wo sind die gestorben? Ok, gerade alle im Keller tot oder was? Das ist ja der Hammer, oder? Ja gut, wenn die dann da solche Schwierigkeiten hatten, dann ist das halt so. Waren da solche schweren Monster, dass man die nicht besiegen konnte oder was? Ok, dann ist das halt so. Wer ist das denn? Das ist ein Stein Golem? Ne, doch. Ne, Iron Golem. Eisen. Der ist ja der Hammer dann, oder was? Ok, der macht wirklich was weg. Gut. Da ist nur eine Waffe und so. Und hier kann man noch weiter entdecken. Da auch noch. Da ist auch noch offen. Ok, hier ist nicht offen. Hier müsste man mal weiter graben. Jetzt ist nur die Frage, ob wir da die richtigen Leute noch für haben. Aber wir können doch erstmal weiter entdecken lassen. Ist die hier alle... Ach, hier unten ist auch noch mal was. Hier wieder Turtle. Ok, und das andere ist ein... Draug the Hobgoblin, oder was? Oh, bleib doch mal stehen. Ja, Draug the Hobgoblin. Gut, haben wir auch geklärt. Und da kommt jetzt einer von unseren Leuten, um den blauen Schleim zu holen. Alles klar. Und dann gehen die nämlich drauf. Da unten wahrscheinlich. Na ja. Gut, dann wissen wir da aber Bescheid, dass das so ist. Und da unten sind halt schwere Gegner. Und da geht es hoch. Na ja. Ok, dann kommen wir nochmal noch um. Mit den Kerzen waren wir noch beschäftigt. Die stehen hier noch um und werden nicht umgesetzt. Und da ist jetzt Holz. Und da fehlt auch noch eine Kerze. Wir haben da anlockt und da wird trotzdem nichts hingestellt. War auch krass, oder? Da, 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 da. Und dann nochmal erfrischen, ne? Erneuern natürlich. So, eins, zwei, drei, vier. Und ich habe die Shift-Taste gerade nicht gedrückt. Alles klar. Gut. Da auch noch eine hin. Da ist jetzt möglich. War das da, oder? Er muss wohl da gewesen sein. Da hat einer das Holz weggenommen. Ah, jetzt ist hier auch schon was passiert mit den Kerzen. Diese auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir hier und müssen eins, zwei, drei, vier. Die muss da weg. Oder da muss die Kerze hin. Aber das geht da nicht, oder? Macht er ja nicht, ne? Da kriegst du rot angezeigt. Und da muss man dann einen Stockpile entfernen. Ah, ok. Na, dann machen wir das so. Machen... Den weg. Destroy Stone. Ja, machen wir ruhig. Und stellen da eine Kerze hin, ne? Und dann legen wir den Stockpile halt um. Machen den woanders hin, oder? Ne, das war verkehrt. Das ist richtig. Machen wir mal den Stockpile. Hier. Ja, Stockpile für Rohmaterials. So. Und dann Managed Stockpile und das sollte nur Stein sein. Stone. Warte mal nochmal Managed Stockpile. Warum? Das ist alles verboten. Das ist auch alles verboten. Alles klar. Läuft. Passt. Größe könnte hinkommen, oder? Das sind sechs und das waren fünfe. Und dann hat man noch einen drum herum gemacht. Dann passt das schon. So. Dann ist hier noch was. Choppintree. Und cutpintree bush. Bush. Keine Ahnung. Dann kann man da noch was bauen. Aber ich weiß noch nicht was. Ja, dann ist das schon mal geklärt. Machen wir mal einen Jingle jetzt gehabt. Weil entweder ist es schon wieder einer gestorben vorher. Weil da sind ja jetzt. Okay, die beiden können wir erstmal verschieben. Die haben sich schon Klamotten geholt. 14, 8. Träger brauchen wir. Dann müssen wir da hin und müssen denen einen neuen Job geben. Dann machen wir Träger draus. Passt. Okay, soweit so gut. Hier läuft es. Da soll eine Kerze hin. Das muss dann aufpassen. Da können wir die aber mal gerade anloggen. Und machen noch eine neue daneben. Drei. Sind es bis da. Eins, zwei, drei. Dann müsste es ja die da hingehen. Ja, sieht so aus. Und hier ist ein Baum im Weg. Den müssten wir erst fällen. Lassen wir jetzt aber machen. Hier ist Wasser. Da geht nichts. Hier sind auch noch ein paar Kerzen. Ja, das sind die anderen Sorten von Kerzen. Hier passt auch was nicht. Hm. Die ist aber richtig. Und die auch. Die ist doch falsch. Und die ist noch falsch. Die müssen noch woanders hingebracht werden. Lass uns doch mal die woanders hinstellen. Hier gibt es schon Kerzen. Hier auch. Hier gibt es keine. Dann machen wir hier welche hin, oder? Und zwar diese. Dann stellen wir da mal eine hin. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine hingeht, aber wir können es ja ausprobieren. So, da kommt ein Händler. Da können wir erstmal weiterlaufen lassen. Und da muss dann da ein Loch hin. So, 1, 2, 3, 4. Warte mal nochmal. 3, 1, 2, 3. Da wäre eine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann wäre da auch eine. Ah, da schau her. Die erste kommt schon. Und die zweite auch. Dann geht das ja schon. Ja, und jetzt ist das so ein bisschen schwierig, das hier zu erkennen, ne? 2, 3, 1, 2, 3. Da müsste da auch noch eine hin, oder? 3, 1, 2. Da müsste das da weg. Da kommt schon die Kerze für da oben, oder? Was macht der denn jetzt hier? Keine Kerze dabei? Oder ist das? Ach, das Spiel ist in Pause, weil der Händler da ist. Gut, dann machen wir den gerade fertig. Das ist ein Waffenhändler. Das ist sehr interessant. Das hat dann jetzt gut geklappt mit dem Mauswatt-Scrollen. So einen Tisch brauchen wir nicht. Steine brauchen wir auch nicht. Gitter, Eisen, Rüstung. Hier sind Waffen, aber ganz ehrlich, das ist nichts Besonderes, was der da mitbringt. Dann lass uns mal... Ich glaube, Schuhe sind immer schnell... Äh, schwierig, ne? Nehmen wir die Schuhe da. Und geben ihm... Sorry. Geben ihm dafür, was wir dann haben. Ne, das nehmen wir aber halt immer selber. Dann kann er ein paar Steine dafür haben. Okay, das war zu viel. 165 Steine abgemacht. Dann kriegen wir noch ein bisschen Kohle dazu halt. Alles gut. Dann hat er kein Geld mehr im Pokémon-Nein. So, gut. Und laufen lassen. Laufen lassen, das ist da. Und läuft. Okay, die Kerze ist auch gekommen und das sieht gut aus. Und da ist dann eine. Und... 3, 1, 2, 3, Kerze. 3, 1, 2, 3, Kerze. 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Und das passt leider nicht. Das muss da einwenden. Und dann gucken wir mal, wie wir da weitermachen. 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Und da wäre eine Kerze. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Könnte sein, dass das passt, oder? Läuft doch noch das Spiel, oder? Gibt es hier irgendwo einen Vogel oder sowas? Ne. Hier ist nichts, was sich bewegt. Da weiß keiner, ob sich hier was bewegt. Ah, hier bewegt sich was. Okay, da unten können wir auch was sein. Jetzt müssten auch diese Kerzen hier erstmal weg sein, ne? Sind sie auch. Hier standen die ja alle. Und dann passt das hier auch soweit. Und... Die Kerze ist noch richtig. Die ist dann falsch. Die müsste also da hin, ne? Machen wir da erst einen Unlock. Kannst du die auch gleich anloggen. Und die muss dann da hin. Und die da. Dann stellt der die um. Genau, passt. Und der macht die um. Soweit so gut. Ja. Dann würde ich sagen, ist das ja auch gar nicht verkehrt. Da müsste eine neue gebaut werden. Und hier geht da noch was hin. Oh, da geht noch eine hin, ne? Die muss dann da hin. Hab ich ausgewählt, ja. Aber das ist hier auch falsch. Sorry nochmal. Wo müssen die dann hin? Einfach nur eine Reihe höher, oder was? Sieht so aus, ne, oder? Auch eine nach links. Ne, auch eine nach links. Dann machen wir das so halt. Und dann sollte das funktionieren, ne? Die war, glaub, richtig. Und die müsste ins Wasser. Und das ist jetzt doof, aber ist so. Gut. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber ich würde dann da sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ach ja, und denkt ans Abonnieren und ans Liken, ne? Und Daumen hoch vielmehr, ne? Bis dann. Tschüss.